In welcher Mission ist das jetzt? Plugs? Ja. Das heißt, wir kriegen ein fetter Schiff hingestellt. Hoffe ich doch. Zwei Renommees. Zwei Renommees. Dann wollen wir sie doch. Ach so. Nicht auf... Nein, wollen. Nein, wir wollen sie. Eine muss einfach direkt liegen und dann gucken wir uns an, wie wir aussehen. Links, Breitseite, rechts mit dem Wind. Ich würde sagen, links, Breitseite und dann gucken wir weiter. Okay, die fahren mit dem Wind. Ich bleibe auf 2,70. Ne, ich drehe nach rechts, damit ich die direkt in... in Breitseiten-Battle nehmen kann, weil die verdecken sich gegenseitig gerade. Ah ja. Die verdecken sich gleich gegenseitig. So, ich gucke, dass ich ihn hinten dran bleibe. Rollen sie mir eine rein. So, ich bleibe bei Morgan de Leon. Fred, streh um. Ich würde ja gerne, aber erstmal will ich meine Freizeit abhören. Wenn mir das die Wellen zulassen irgendwann. Das ist ein scheiß Tag für mich heute. Aber wieso weiß der eigentlich immer genau, wann ich drehe und dreht vorher schon. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die ich gar nicht einhalten kann. Also ich kriege das nicht hin mit den Zitteln. Nicht mal mit allen Tricks, die ich bei Black gelernt habe. das ist ein scheiß Tag für mich. Das ist ja super. Das ist ja super. Es ist so gut Das ist so gut Das ist so gut Das ist so gut Das ist so gut Dann sind alle Vorsicht, Stöcks. Ich bin rechts. Makai. Ja. Guckst du, Schiff dreht. Guckst du, Schiff dreht. Guckst du, Schiff dreht. Diese Karinades, das sind ja wirklich wie Schrotkanonen, ne? Den Dingern zu zielen ist fast unmöglich. Jupp, ist das. Ich hab dich dran gewöhnt, da ist okay. So. Ich bring die andere Renommee mit. Die ganze Teilzeit, wenn du mir vorbeikolst, ist schön so. Ich hab dich dran gewöhnt. Hier ist es. ... ... es wird zeitversetzen gesagt er soll jetzt schießen oder ja der server laggt gerade irgendwie oder ich lecke ich weiß nicht im segelfeuer online microsoft online das ist doch mal was schönes so also der ist leicht manövrierunfähig geschossen gerammt worden ja buksprit ja ich hatte schon angst dass es meiner aber dann war es doch seiner ich habe es schon ein paar mal probiert ich habe es nie hingekriegt ein paar mal ist auch schon geschafft aber da holt man sich ganz leicht loch im schiff ja ich hatte natürlich hatte ich ein loch jungs ihr musst weiterpumpen da ist er ja ich schwöre an dich noch nicht am geschwindigkeit da habe ich gar nicht drauf geachtet wer da ist wegen dem entgegenkrieg deckungsfeuer ist bestimmt zu auf ihn sovideus die plus framkurs zum fein 3 2 1 feuer komplett vorbei hat gerade gedreht das schweige er dreht schon wieder stecks wohin hinter mir vorbei weil ich müsste jetzt nach rechts drehen ja du bist meine deckung das ist gut du bist meine deckung du du halt der schießt gerade gnadenlos an mir vorbei ich habe volle breitseite in den reingekriegt sehr schön sehr sehr schön ich gehe runter auf dead slow ich gehe auf battle und bleib neben ihm jetzt das war das markus ja weil du so leise bist jetzt schon doppeldeckung hier weiß gar nicht mehr wer der feind ist davon weil du klack weggedrückt hast ich habe zweimal angerufen zweimal hast du mich weggedrückt zweimal hatte besucht das dachte ich mir schon drauf liegt da wieder drauf und will nicht telefonieren weiter machen wie schnell das beim zweiten mal gegen jetzt nicht das was wirklich das wegdrücken jetzt nicht so die renommee fängt an auf euch zu schießen die hinter mir dran hängt ich sehe nicht mehr wer der feind ist ist so viel weg von der einen seite irgendwer ohne bug spriet acht stückstund ich habe den in der zange sehr schön ja deswegen ich kann aus dem gewirr nicht mehr erkennen was feind ist und was nicht guck auf die flaggen hinten das hilft ja das ist eindeutig wo finde ich euch denn äh südlich von oranjastad wo ist der andere nach den ignorieren wir erst noch da beschießt sich von anderen seiten da könntest du praktisch kurz drehen und ihm einschenken ja wenn du wollt stimmt kümmert ihr euch um den weiter ich nehme den anton drümmend so fred ich komme hinter dir vorbei ich drehe jetzt wirklich nach rechts hoch so soll man dir was verraten als wir dich gestern nicht dabei hatten hat nicht ein einziger von uns den anderen gerammt ich hab das endlich gelernt ich hab das endlich gelernt das trauen die sich auch noch dir zu erzählen natürlich wir sind ja schließlich freunde also was sollt ihr das undankbare pack er weiß ja wo das ram herkommt ja genau ich bin das größere schiff bam du euch ja warum rammst du nicht den gegner alter warum hast du mich gerammt die dicken pötter haben vorfahrt das ok er brennt ich bin der neue turm du brennst dann hab ich das gleiche schiff wie er und er kommt nicht trotzdem bin ich überhaupt nicht bin ich hier imniss oder wie oh ich äh scheiße ich brenne ja mach acht ganz schnell ja hab ich schon ich bin auch schon auf acht und äh hau ab bei mir ist ne seite durch hab ich bis um ich schieße mich schon die ganze zeit mit dem ein der hat mich so angekratzt bisher das ist schön ich hab die breitseiten gefressen ja das ist schön lässt mich nur gehen ja gut ich muss auch sagen ich halte ihn auch immer schön auf abstrah dass er mich an mich ran ich hab versucht hinter ihm zu bleiben das war bedingt effektiv irgendwo ich hab's eingelassen ich hab's ausgekriegt das ist gut jetzt hat er mir nochmal ein leck geschossen auf die entfernung meine fresse ja ein leck ist dicht so der ist durch wir müssen mal schneller pumpen jetzt ist ein leck wieder da warum guckt man nicht hin stehen sie da und rauchen wenn äh 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 wenn eine seite durch ist komplett bei dir kannst du ohne dass sie auf acht sind nicht überleben du solltest gucken dass du den haas machst und vielleicht rauskommt sie sind auf acht ich bin voll im wind ich hab volle sägen ich hau grad ab ja weg sind dicht Wasser steigt immer noch dann guck dass du escapest und reparierst kannst du noch reparieren vielleicht stimmt 5 1 5 1 repair hilft wirkt wunder in so einer situation das wasser steht mir schon bis zum oberen segel das ist schlecht cannot leave 35 sekunden oh das wasser sinkt wieder 5 1 hat geholfen ja was ist 5 3 überhaupt äh für ruderpumpe und magazin im moment geht meine sniper schüsse alle direkt vor ihnen ins wasser das ist nicht schön kein lief krieg ich wenn ich liefe trotzdem punkte ja 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 für jeden punkt schaden kriegste punkte äh hey maik was ist immer noch da oh ist auf dem weg bin mit zahnweh aufgewacht seit zwei wochen sag ich ich müsste demnächst irgendwann mal zum zahnarzt habe ich gearbeitet und jetzt hast du endlich einen termin gemacht jetzt habe ich gearbeitet bis um drei zahnweh wurde schlimmer dann ne das fuck ich nicht ab jetzt dann habe ich mir ich habe ja keinen zahnarzt hier ich habe überhaupt keine ärzte dann höh ich habe aber vor drei wochen mal gefragt hier ortsansässiger hat es geheißen da drüben der dann alles klar bin ich da reingeschlappt hab gesagt äh ich möchte bitte jetzt einen termin und dann äh sag ich ja ich habe zahnweh das muss gemacht werden so gut eine Stunde muss ja immer gehen dann sagt sie ja äh das funktioniert aber nicht dann sag ich ich habe schmerzen weil ich möchte bitte jetzt behandelt werden sag ich ihr wurdet ihr wurdet hier in Polen dann gucken sie es sich an Reloading sehr schön hat ein Reloading ah das geht aber nicht und sag ich guck mal äh 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 wer kommt da ich stehe äh 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 hast du auch gebremst ich glaube nicht nö ich bremse nicht ich fahre hinten an dir vorbei ja ok gut 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 oh schwitz jetzt kriege ich gerade langsam Fahrt also ich bin jetzt bei Oranges das ist doch mal ne schöne sehr schön boah das war gute Taktik das war sehr schön gemacht der eine ist abgesoffen gut der hier ist zum wenn jemand eine Renommee haben wollte könnten wir sie jetzt mal versuchen zu pfff 260 ne ich weg mit blööö du hast ja schon eine Renommee ich habe sie verkauft weil sie so scheiße ist ich kann mir eine schöne blaue spawnen oder eine Surprise aber ich glaube ich nehme die Surprise die hat mir viel mehr Spaß gemacht damals soll besser sein hat mehr Kanonen ist aber langsamer Renommee ist schneller ja ich mach gern bumm ich kann mir vorstellen wenn man in einer Gruppe unterwegs ist es nicht verkehrt wenn man sowohl als auch hat ja stimmt ich denke man muss ja die Schiffe abfangen genau einer der sich schnell heransetzen kann um die um das Capen zu hindern also wenn du wolltest kannst du davon jetzt Abstand gewinnen weil die Seite ist pur ich ich weiß ich brauche keinen Abstand meine hat meine hat noch ein bisschen ich weiß nicht wie du aussiehst ich bin jetzt genau bei Orangiestraft Plagg denkt er ist so ein Peeling ist gut von Tarn ne ich drück ihm grad ich drück ihm grad ganz toll ähm Wasser 1 pro ja ich hab extra depowered und Battle angemacht und ich sehe jetzt nichts mehr ich weiß mal was ups ich bin zwar drüber ich kann jetzt nochmal hinten reinballern ich hab natürlich einen zu kurz und einen zu lang geschossen nach vorne raus ach Mist irgendwann habe ich wieder den Scheiß das R ist für mich an der falschen Stelle ja wieso ja ich komme da immer wieder aus Versehen drauf beim manövrieren und dann habe ich plötzlich ein hunderter Sektor Fokus und wundere mich warum ich wenn ich rückwärts wenn ich hinten reinschießen will warum das alles über Kreuz an ihm vorbei geht ja das habe ich das kenne ich auch allerdings wenn du damit wirklich spielst und die Entfernung einschätzt kannst du damit geil abgehen finde ich er ist gluck gluck ja ich kann den gar nicht mehr sehen achso der ist weg so 7000 gold 300 vor 55 xp und dann nochmal geld aus der order noch schon 3000 gold und irgendwie 200 und der ist so ein negativ eigentlich wenn ich jetzt die Papier ziele